Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video für euch, und zwar gucken wir uns heute wieder den täglichen Shop an. Wir kriegen heute wieder zwei komplett neue Sachen und die täglichen Gegenstände ändern sich auch heute. Also die Gaunerinnen und den Halunken könnt ihr euch jetzt nicht mehr kaufen, wenn ihr dieses Video hier seht. Vielleicht kommen sie irgendwann in der Zukunft nochmal, aber ich glaube nicht in der nahen Zukunft so. Was ich nochmal kurz sagen wollte, ist, dass ich richtig leise reden muss, ihr weckt es wahrscheinlich, aber wenn ihr es am Morgen seht, dann wird es ein bisschen entspannter sein für euch, dass ich hier nicht so rumschreie. Und wenn ihr noch günstige PSN-Karten braucht, unten in der Videobeschreibung könnt ihr, weil welche Snacken, die lohnt sich auf jeden Fall auch. Und jetzt kommt der neue tägliche Gegenstandshop und wir gucken uns, wir haben einen Lightshow. Und wir können uns die Battle Pass Stufen kaufen, also der ist zeitlich begrenzt, da könnt ihr euch 10 Battle Pass Stufen hochleveln. Okay, und wir haben hier einmal die Lightshow für 800 V-Bucks und Nachtlicht für 800 V-Bucks. Die beiden hatten wir aber schon, meiner Meinung nach, Teil eines Sets, genau, die hatten wir schon. Dann Highland-Kriegerin mit diesem Schild hier, finde ich episch, also das ist ja auch ein epischer Skin, aber ich finde diesen Schild richtig geil auf dem Rücken, also ein Rücken-Accessoire, ein Prisma, hier ein Hängegleiter, okay, kann man machen, Peitschen-Hieb und ein ungewöhnliches Outfit, aber jetzt nicht so speziell, Elektro-Staffel, Leute, cool. Also ich finde eigentlich 90% der Tänze in Fortnite finde ich irgendwie richtig witzig und diesen sexy Schräglagen-Emote auch, also damit könnt ihr auf jeden Fall die ein oder andere Tuse aufreißen im Club. Dann haben wir noch ein taktischer Spaten hier, also ein Erntewerkzeug, das ihr euch auch auf jeden Fall im Shop gönnen könnt heute. Ja, das war es von mir für den täglichen Gegenstand-Shop, schaut ihn auf jeden Fall euch an, wenn euch irgendwelche Sachen gefallen, könnt ihr sie gerne kaufen, unten in der Videobeschreibung könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal abchecken, da findet ihr definitiv günstige V-Bucks, die ihr euch kaufen könnt und damit würde ich euch auch noch auf jeden Fall unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.